Arthritis, Arthrose, Gelenkschmerzen, was steckt eigentlich in der TCM dahinter? Was sind da die Ursachen und vor allem welche Ernährung hilft? Ich möchte dir heute fünf einfache Ernährungstipps geben aus der TCM, die bei allen Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen etc. empfehlenswert sind. Im Trust Your Body, meinem Online-Programm, meinem dreimonatigen, erlebe ich immer wieder, dass tatsächlich gerade Gelenkschmerzen wirklich gut auf die Ernährungsumstellung nach TCM ansprechen, dass die Teilnehmerinnen wirklich nach wenigen Monaten schon wesentliche Verbesserungen spüren. Ich möchte dich wirklich auch ermutigen mit diesem Video, dir Zuversicht geben, dass eine Ernährungsumstellung bei Gelenkschmerzen, bei Arthritis etc. wirklich helfen kann. Also was steckt dahinter? In der TCM spricht man bei allen Beschwerden im Bewegungsapparat vom B-Syndrom und das bedeutet nichts anderes als eine Blockade des G-Flusses und des Blutflusses durch die Meridiane. Die Meridiane sind so wie Leitbahnen, die durch den ganzen Körper gehen und das kennst du wahrscheinlich von diesen Akupunkturpuppen, wo man die ganzen Linien eingezeichnet sieht. Und dann stellt man sich vor, dass Kälte, Feuchtigkeit, Wind eindringen in den Körper, z.B. an einem sehr kalten Tag oder wenn du in einem feuchten Wetter unterwegs bist oder feuchten Klima lebst. Und diese Kälte z.B. dringt dann ein und bleibt dann in den Meridianen quasi stecken und führt dort zu einer Blockade von Qi, also von Energie. Die Energie kann dann nicht frei durch den Körper fließen, das Blut kann nicht frei durch den Körper fließen und dann entstehen Schmerzen. Bei jeglicher Blockade entstehen immer Schmerzen in der TCM und das heißt, diese Kälte und diese Feuchtigkeit, die gilt es möglichst mit Ernährung zu reduzieren bzw. auch natürlich vorzubeugen, dass nicht noch mehr Kälte und Feuchtigkeit eindringen kann. Und da können wir eben ganz gut vorbeugen, indem wir vor allem das Qi stärken und das Yang stärken. Also das Qi, unsere Lebensenergie, die auch fürs Immunsystem zuständig ist, das heißt für die Abwehr von allen möglichen Krankheitserregern von außen und aber auch das Yang, das innere Feuer, sodass wir uns durch die innere Wärme, die wir durch die Ernährung schaffen, vor der äußeren Kälte gut schützen können und den Körper insgesamt in einen besseren Zustand bringen und auch natürlich den Qi-Fluss, den Blutfluss anregen durch die passende Ernährung. Und auch hier wieder spielt Wärme eine Rolle, weil Wärme immer das Fließen erleichtert, das heißt Bewegung erleichtert im Körper oder auch sonst in der Natur und Kälte führt hingegen eher zu Erstarren, zu Blockaden, zum Erfrieren quasi. Also da bleibt alles stehen und wir wollen eben diesen Fluss vom Qi und vom Blut auch fördern in der TCM. Natürlich ist Ernährung nur einer von mehreren Faktoren, aber du hast es selber in der Hand und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du ganz neu auch bist in der TCM, wirklich diese einfachen Tipps auszuprobieren und wenn du tiefer eintauchen willst, komm gerne zu meinem Online-Programm, zum Trust Your Body, da ist auch ein Diagnose-Fragebung dabei, wo du genau siehst, okay, wie viel Prozent Feuchtigkeit, wie viel Prozent Hitze, wie viel Prozent Qi-Stagnation etc. sind jetzt gerade da und du bekommst dann auf dich passend die Tipps dazu, was du machen kannst, Rezepte etc. Okay, also der erste Tipp ist, iss mindestens zwei, besser noch drei gekochte Mahlzeiten am Tag. Durch gekochte Mahlzeiten baust du einfach sehr effektiv Qi auf und stärkst auch dein Yang, dein inneres Feuer. Verwende dabei mehr Gemüse und weniger Fleisch, koch selber, versuch keine fertigen Produkte zu verwenden und fang mal mit dem gekochten Frühstück an, falls du es noch nicht tust, das ist wirklich eine sehr effektive Methode in der TCM, um Qi aufzubauen und den ganzen Körper zu stärken. Ein gekochtes Frühstück, das muss nicht unbedingt ein Porridge sein, also gekochter Haferbrei oder so, obwohl ich das zum Beispiel sehr, sehr gern mag, das kann auch etwas Bekanntes sein, das können Spiegeleier mit Gemüse sein, das kann eine Suppe sein, das kann eine Linsensuppe sein, das kann Reis mit Linsen sein, was du willst. Wichtig ist eben selber gekocht und schau, dass du Gemüse dabei hast. Der zweite Tipp ist, meide Kuhmilch und iss weniger Käse und Joghurt. Diese drei machen einfach sehr viel Feuchtigkeit im Körper und genau das wollen wir ja bei allen Gelenksschmerzen, Arthrose etc., das wollen wir genau reduzieren, das wollen wir vermeiden, weil die einfach Feuchtigkeit ist bei so gut wie allen diesen Beschwerden auch dabei. Wenn du extrem gerne Käse zum Beispiel isst oder Joghurt, dann versuch es anders zu kombinieren. Iss Käse zum Beispiel nicht mit Brot und rohen Tomaten, sondern iss Käse mit Kartoffeln, iss Käse zu Ofengemüse dazu und wenn du gern Brot isst, dann iss halt nur ein bisschen Brot dazu und vielleicht eine Suppe dann dazu zum Käsebrot, damit du was gekochtes dabei hast. Das führt gleich zum dritten Tipp, nämlich iss mehr Reis, Polenta, also Maisgrieß und Hirse und dafür weniger Nudeln und weniger Mahlzeiten aus Mehl, so wie Brot eben. Mehl und Weizen wirken nach DCM ebenfalls befeuchtend und Reis, Hirse und Polenta hingegen, die helfen dabei, diese Feuchtigkeit auszuleiten und wirken auch wiederum sehr stärkend auf das Qi und sind leicht bekömmlich und deswegen viel empfehlenswerter als Nudeln. Also wenn du zum Beispiel gerne Nudeln isst, dann mach doch deine gewohnte Nudelsauce und probier das mal mit Reis oder Hirse zu essen. Vielleicht schmeckst du dir ja genauso gut und du erlebst eine Überraschung und versuch eben weniger Brot, Semmeln und so weiter, Mehlspeisen zu essen. Der nächste Tipp ist, da sind wir jetzt schon bei der Nummer 4, iss weniger Zucker. Das kennst du natürlich, das sagen alle Ernährungsarten, Ratgeber etc., dass wir weniger Zucker essen sollen. Okay, ich bin ein ehemaliger Schokoholik, das heißt ich habe lange Jahre sehr sehr viel Schokolade gegessen und ich weiß, wie es ist, wenn man das Gefühl hat, nicht darauf verzichten zu können. Ich hatte auch das Gefühl, ich kann ohne Schokolade nicht leben, habe es aber geschafft. Wenn ich es schaffe, schaffst du es auch. Das heißt, auch hier geht es wieder darum, es gibt keine Verbote. Es geht nur darum, dass du für dich eine gesunde, gesündere Art und Weise findest, mit diesem Verlangen nach Süßem umzugehen. In meinem Fall habe ich dann zuerst mal ganz viele süße Breie gegessen. Mir schmecken Breie, also dieses Porridge, Grießbrei, süße Polenta und habe mir dann einen Apfelmus dazugegeben, Marmelade, Datteln, habe ich entdeckt für mich, der mir früher nie geschmeckt. Habe Karobpulver gekauft. Karobpulver, das ist so ein Kakao-Ersatz, der aber aus Sicht der TCM bekömmlicher ist, weil er erstens von der thermischen Wirkung her nicht erhitzend ist, wie Kakaopulver, sondern thermisch neutral. Und zweitens hat er halt schon den natürlichen Fruchtzucker dabei und das Karobpulver und dadurch ist kein Zucker zugefügt, so wie beim Kakao, der ja, wenn man ihn pur isst, sehr, sehr bitter schmeckt und gar nicht süß. Deswegen ist immer viel Zucker dabei. Das wollen wir ja vermeiden. Also ich habe Karobpulver gekauft, habe mir das drüber gestreut und meinen Grießbrei habe Kakao aus Karobpulver und Reismilch oder Hafermilch getrunken. Das heißt, das ist auch ein Tipp, statt der Milch eben Hafermilch, Reismilch verwenden. Da kann man dann Kakao trinken oder für Grießbrei etc. das verwenden. Und dann bin ich umgestiegen, Schritt für Schritt, auf eine hochprozentige Bitterschokolade. Das heißt, inzwischen esse ich eine 90-prozentige Schokolade und davon isst man natürlich viel weniger als von der süßen Schokolade und außerdem ist natürlich viel, viel weniger Zucker dabei. Und somit ist es bekömmlicher und macht nicht so viel Feuchtigkeit. Zucker macht eben sehr viel Feuchtigkeit und verschleimt aus Sicht der TCM. Deswegen reduzieren. Also wenn du sowieso nicht mehr als ein oder zwei Stück Schokolade isst, dann ist das überhaupt kein Problem. Es geht wirklich um die Menge, um die Häufigkeit. Und da muss jeder zu sich selber ehrlich sein. Und das ist auf jeden Fall für die Gelenke natürlich, für Gelenksbeschwerden wäre es gut, wenn du den Zucker möglichst weglässt, beziehungsweise stark reduzierst. So und der fünfte und letzte Tipp ist noch, betrifft die Getränke. Trink nicht kalt, sondern trink bei Zimmertemperatur lauwarm beziehungsweise heiß deine Getränke. Das Hauptgetränk sollte immer Wasser sein, aber das Wichtige ist einfach, dass wir zu wissen, dass du durch kalte Getränke, vor allem so eiskalte Getränke, dass du da dein Verdauungsfeuer, dein Yang, dein inneres Feuer, dein innere Wärme einfach stark abkühlst. Und das ist nach TCM sehr ungünstig. Dieses innere Feuer, das wollen wir immer hüten. Wir wollen auf das Yang gut aufpassen, um eben gegen diese ganzen äußeren Einflüsse wie Kälte und Feuchtigkeit besser gewappnet zu sein, aber auch damit das Qi und das Blut besser fließen im Körper und wir diese Blockaden Schritt für Schritt auflösen können. Ja, wenn im Sommer, wenn es mal heiß ist und du hast Lust auf ein eiskaltes Getränk, dann mach das, aber versuch es wirklich nur selten zu machen. Auch Smoothies sind zum Beispiel sehr abkühlend nach TCM. Würde die TCM eher nicht empfehlen, höchstens eben, wenn es heiß ist im Sommer mal oder wenn man vom Typ her ganz viel Hitze hat. Aber versuch eben warm zu trinken. Und das ist der fünfte und letzte Tipp. Einen Bonustipp habe ich noch. Natürlich hilft eben auch Bewegung, um diese Blockaden bei Gelenkbeschwerden, bei Gelenksbeschwerden, dieses B-Syndrom aufzulösen. Aber achte dabei darauf, dass du dich nicht überforderst. Das heißt, in der TCM hat man da auch schöne Möglichkeiten, nämlich Tai Chi und Qi Gong, die natürlich empfehlenswert sind. Da kannst du dir einen, kannst du mal ausprobieren. Und was auch noch gut ist, sind einfach Bewegungsarten, die die Gelenke eben nicht überfordern. So wie auch Yoga und Pilates, spazieren gehen, Rad fahren, schwimmen. Aber Bewegung ist auf jeden Fall natürlich empfehlenswert, so dass es dir nicht weh tut. Das heißt, aufpassen, dass es dir nicht zu viele Schmerzen bereitet. Gut, das waren meine Tipps. Wie gesagt, wenn du tiefer eintauchen willst, dann komm zum Trust Your Body. Trust Your Body. Finde deine typgerechte Ernährung nach TCM. Dauert drei Monate. Du kannst jederzeit starten mit Diagnose, Fragebogen, Rezepten, vielen Tipps für verschiedene Beschwerden, aber auch zum Thema Achtsamkeit und wie gehe ich um mit Heißhunger auf Süßes etc. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Unterlagen. Und begleitet wird das Ganze von Frage-Antwort-Webinaren und von Bonus-Workshops. Das heißt, schau dir das an. Ich blende den Link ein und melde dich, wenn du dazu Fragen hast. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.